Nach dem ersten Durchgang war gestern Tag an der Spanke aus Norwegen. Musste dann abweißen lassen, nach 121 Metern, 2. Durchgang rein, 4 zum Schuss, will den 31-Jährigen, heute der erste Versuch, wieder gut verraten, Spanke will! Was für ein Sprung des Norwegers! Und der Mainz dort die Habe hinauf! Und das vollkommen zu Recht, meine Damen und Herren, wir freuen uns mit Spanke will über 145,5 Meter, 145,5 Meter für Fahne werden, der damit natürlich in